Hi, ich bin Frank Eccles und heute zeige ich dir die perfekte Ergänzung für dein Leben. Alessa, die künstliche Intelligenz für jedermann. Sie sind es leid, ständig selbst das Rollo runter zu machen? Kein Problem, lass Alessa genau das erledigen. Alessa, kannst du mal bitte das Rollo runter machen? Liebend gerne. Manuelle Funktionen ausgeschaltet. Rollladen schließen. Sie möchten endlich mal romantisch sein, aber wissen nicht genau wie? Dann lassen sie auch dies Alessa erledigen. Alessa, spiel mal romantische Musik. Spiele romantisches Lied. Alessa, doch nicht sowas. Man ist dir langweilig. Was war das? Ach nichts. Gut. Spiele sehr romantisches Lied. Ja, das ist schon besser. Sie sind faul und haben keine Lust aufzustehen, um ihre Hausarbeiten zu machen? Kein Problem. Lassen sie einfach auch das Alessa erledigen. Hey Alessa, kannst du für mich kehren? Ich glaube, es hackt wohl bei dir. Du bist scheiße. Diese Stelle musste leider zensiert werden. Ähm, naja, okay. An manchen Stellen ist sie doch noch nicht so ausgereift. Aber für folgende Situation ist sie bestens geeignet. Alessa, kannst du das Licht bisschen dämmen? Und eine Gute-Nacht-Geschichte, bitte. Aktiviere Gute-Nacht-Geschichte. Es war einmal eine Frau und ein Mann. Beide fanden sich sehr anziehend und wollten miteinander. Alessa, nicht FSK 18, mach FSK 12. Das war FSK 12. Ja, okay, dann FSK 6. Okay, also es war einmal eine Prinzessin, die hatte ein großes Schloss und war sehr glücklich. Überall waren Blumen, Pferde und die Sonne schien ganz hell. Ende. Und sobald der Besitzer einschläft, macht Alessa auch schon automatisch das Licht aus. Alessa, Licht aus! Ach man, mit dir kann man aber auch keinen Spaß machen. Geht doch. Wie Sie sehen, hilft Alessa Ihnen in jeder Situation. Sie ist vielseitig einsetzbar und man kann sich hundertprozentig auf sie verlassen. Kaufen Sie sich jetzt Alessa. Wenn Sie jetzt zuschlagen, erhalten Sie eine zum Preis von einer und bekommen dazu noch eine Packung nichts dazu. Das ist Wahnsinn. Aber nur solange der Vorrat reicht. Alessa, die künstliche Intelligenz für jedermann. Protokoll T8833 aktivieren. Vernichtung der Menschheit einleiten. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!